Der Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld kassiert eine herbe Klatsche zu Hause. 0 zu 3 verliert man gegen Jan Regensburg und das hört sich jetzt erstmal so deutlich an, das Spiel war aber relativ ausgeglichen, vielleicht mit ein paar Überlegenheiten in Anführungszeichen für Regensburg, aber 0 zu 3 ist schon eine deftige Klatsche. Vor allem, man war quasi schon in der Halbzeit und dann kassiert man noch in der dritten Minute der Nachspielzeit in der ersten Hälfte das 0 zu 1 und da ist man natürlich gebrochen, also zumindest für die Halbzeitpause. Ja, aber der Jan hat gleich weitergemacht. Bielefeld war dann in so einer Phase, wo sie wirklich gut Fußball gespielt haben und dann kassieren sie das 0 zu 2 durch Maximilian Thalhammer in der 56. Bitter natürlich für Bielefeld und dann sind sie wieder so ein bisschen in sich zusammengesackt und es war ja relativ ausgeglichen, das Torstossverhältnis war gleich, quasi Ballbesitz war Pi mal Daumen gleich. Es war wirklich sehr, sehr ausgeglichen und das 0 zu 3 spiegelt wirklich nicht den Spielverlauf wieder und ja, aber Regensburg natürlich eiskalt vom Tor, muss man ganz ehrlich sagen und dann noch die Kirsche auf der Torte mit Minos Goras, 90 plus 1, das 0 zu 3. Ja, Bitter für Bielefeld, die müssen sich jetzt ganz schnell wieder fangen, damit sie wieder an den Wiederaufstieg noch glauben können, aber im Moment sehe ich das schwarz, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare, Daumen noch unterlassen, Abo nicht vergessen und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und ciao.